Mit 18 habe ich Namibia verlassen. Die politische Situation war unerträglich und ich wollte für die Unabhängigkeit des Landes kämpfen. Namibia Today haben wir in der Wohnung des Presseattachers editiert. Wir waren zu dritt. Außer mir noch ein anderer Student. Wir fingen Samstagvormittag an, haben bis abends im Wohnzimmer gearbeitet, dort übernachtet und den Sonntag daran weitergearbeitet. Ever since Namibia attained independence in 1990, Her relations with Germany have been marked by intensity, close cooperation and heated debate. The latter revolves largely around the 30-year period from 1884 to 1915, when today's Namibia was known as the colony of German Southwest Africa. . . . . . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017